Ja hallo herzlich willkommen bei uns in der Muckelbude. Heute sind wir bei unserem neunten Auftrag. Überprüfe und ersetze alle notwendigen Teile des Treibstoffsystems. Treibstoff kennen wir uns natürlich wieder voll mit aus. Hier Benzinfilter, das Ding sieht schon mal gut aus. Na gut, das Teil ist nicht ganz so schick. Benzintank, das sieht alles gut aus. Ölfilter haben wir nichts mit zu tun. Ölleitungen, Reinigungsfilter, gehört das damit zu? Nö, würde ich mal sagen nicht ne. Ja, dann bauen wir hier mal diese ganzen Schläuche ab. Das Gerät war defekt. Gibt es hier sonst noch was? Was tun wir hier für Teile? Starter brauchen wir nicht. Wasserpumpe. Einspritzpumpe gehört glaube ich auch dazu. Die ist auch defekt. Die müssen die Kabel wohl auch ab. Die sind zwar ok, aber wir bauen sie erstmal ab. Ok. Gibt es ja nicht. So was können wir hier gerade kloppen. Dann machen wir das. Immer noch billiger als Neukauf. Zusammenbau Modus. Dürfte diese Seite fertig sein. Ok. Döcke wir drauf. Man soll es nicht glauben. Auftrag ist schon erledigt. Ok, Freunde der Schraube. Dann war es das für heute schon einmal wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch bei unserem 10. Auftrag wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.